So, probieren wir das mal. Ich glaube ich kann mir das ganz gut vorstellen, die Map. Habt ihr jetzt hier leider nicht gerade. Dann machen wir das Subray-Server. Round-Time ist schon eine Stunde, das ist gut. SV. Accelerate können wir im Moment nehmen. Okay. Oh. aber schön dass mein Disable hat Nicht geht Oh, das geht Ähm Okay Ich muss gleich mit Bunnyhop anmachen Ja, das ist bestimmt je nicht leichter Oh, da, Alter Das ist gerade mal das erste Und ich verzweifle jetzt schon Oh, da glitscht man halt zur Seite, wenn man schräg geht Oh, da bin ich auch gesprungen Hallo Ja, muss ich mal kurz die Bunnyhop-Settings hier rauskopieren Kopieren Müssen wir aber Die X-Teller wird auf 2000 Ja, gut, das reicht aber Okay, schlecht Oh, das darf man gar nicht berühren Ich brech ins Essen Hey Oh, so kann ich gerne richtig gut leiden Oh, grüße Oh, da geht's auch Ich glaube das soll man nicht können Aber witzig ist es Subray Surfer halt Da muss ja richtig mit Taktik rangehen Man kann echt nicht zurücksteuern Weil das ganze Ding einforst Da braucht man keinen Bunnyhop Da war ich aber schon drunter Und drüber und Okay das ist schwerer Kann man auch andersrum Man kann geduckt so schlecht bewegen Dadurch dass man geforst wird Nach vorne sich zu bewegen Ja Das ist natürlich behindert Da wird mir schon wieder warm Dieses warm wenn man kurz davor ist auszurasten Weil der Puls und das Adrenalin steigt Das kennt jeder Ja geht doch ey Oh der Wiff hier Guck mal hier kann man bestimmt so halb hoch klettern Moment Schönen Dank für gar nichts Ich bin ich bin ich nicht gesprungen Hab ich den Mausrad vergessen heute Ich muss echt von ganz oben springen Und dann direkt um die Kiste rum Okay Kann man aber nicht Was Ne Boah Alter das ist richtig kacke Dass man sich denn da so schlecht steuern kann Durch das Forsten Kiste nicht berührt Danke Nicht mal ansatzweise Wer denkt sich denn sowas aus Warnein doch vor Vorsicht Loch im Boden Oder so Da rechnet doch keiner mit Ich hab die Kiste nicht mal berührt Man kann halt nicht immer gleich so auf einer Ecke Weil das Hier kann ich mich super drauf bewegen Warum Ich hab die Kiste nicht berührt Ohne Scheiß Ohne Spaß Hä Hä Okay mal komplett zurückgetriggert Spacko alter Time Also Ich hab mich die Kiste nicht gut Ich hab mich kannst was wirklich ganz so sehr gerne Schraube Ich hab mich nur noch Ich hab mich auch Das ist Ohne Ich hab mich noch Bye Ich hab mich noch Ich hab mich noch Ich hab mich noch Ich hab mich noch Ich habe mich noch Das war's für heute. 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 Don't be a fool. Das war's für heute. 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 So, das war's für heute. So, das war's für heute. 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 Geben! Take these lower ranked players as a sacrifice and appear holy lord Geben. Ach, immer wieder schön. Ich mag sowas. Ähm, das war toll. Ich mag sowas. Ich mag sowas.